Musik Am kommenden Wochenende, 20. und 21. August, findet auf dem Flugplatz Hegenscheid ein Schnupperfliegen statt. Interessierte können einen Tag hinter die Kulissen der Segelflieger schauen und selbst mitfliegen. Treffpunkt ist am Samstag wie auch am Sonntag jeweils um 11 Uhr vor der Halle am Flugplatz Hegenscheid. Dort wird zuerst das richtige Verhalten auf dem Fluggelände erklärt, bevor es dann zu den Flugzeugen geht. Teilnehmen können alle, die sich fit fühlen und Spaß am Fliegen mitbringen und mindestens 13 Jahre alt sind. Bei Minderjährigen müssen die Eltern eine Verzichtserklärung unterschreiben. Ein Start mit der Winde kostet 10 Euro. Mitbringen sollten die Teilnehmer eine Sonnenbrille, einen Hut und Sonnenmilch. Je nach Wetter natürlich passende Kleidung. Wer möchte, kann für 7 Euro am Samstag eine Verpflegungspauschale in Anspruch nehmen. Darin ist Wasser, ein Snack mittags und nachmittags und abendliches Grillen enthalten.